Deutsch lernen mit Bildern und ganzen Sätzen Der Alltag Teil 15 Die beiden Kinder sitzen auf den Treppenstufen. Neben ihnen stehen zwei Stapel Bücher. Jeder hat ein aufgeschlagenes Buch vor sich. Sie haben Spaß. Ein Schrank steht in einem Ankleidezimmer. Alle Schubladen sind offen. Auf dem Boden liegen Schuhe und eine Handtasche. Bekleidung hängt auf den Bügeln. Das Zimmer sieht unordentlich aus. Sie kommt aus der S-Bahn. Die S-Bahn fährt gerade weiter. Sie sucht eine Anschlussbahn. Auf dem Boden stehen viele Kartons. In den Kartons sind verschiedene Elektrogeräte. Neben einem Karton steht ein roter Staubsauger. Am Kleiderständer hängen Kleider, Hosen, Jacken und Shirts in verschiedenen Farben. Darunter stehen vier Paar hochhackige offene Schuhe. Der Mann ist am Flughafen. Er wartet auf den Abflug. Er sitzt auf einer roten Bank und hört Musik. Sein Handgepäck steht neben ihm auf der Bank. Die Frau weiß nicht, was sie anziehen soll. Sie hat eine Auswahl von Kleidern in ihrer rechten Hand. In ihrer linken Hand hält sie ein rotes Kleid. Sie schaut in den Spiegel und hält das Kleid hoch. Die Frau steht an einer Mauer. Sie ist sportlich gekleidet. Sie macht den Übungen mit ihrem rechten Bein. Dazu zieht sie ihren Fuß mit der Hand zu sich hin. Ein Bach läuft durch einen Wald. Er hat kleine Wasserfälle. Es liegen Steine im Bach. Das Wasser läuft die Steine hinunter. Das Pferd steht im Park auf einer Wiese. Es frisst Gras. Das Pferd trägt einen Sattel und Zaumzeug. Auf dem Holztisch stehen zwei Flaschen Wein. Eine dritte Flasche liegt quer davor. Ein Glas ist mit Wein gefüllt. Mehrere Weinblätter liegen auf dem Tisch. Sie sitzt auf ihrem Bett. Hinter dem Bett sind Pakete mit Weihnachtsgeschenken aufgestapelt. Kleine Päckchen hängen von der Decke. Er betankt sein Auto. In seiner rechten Hand hält er die Zapfpistole. Er trägt ein blaues Hemd und eine karierte Hose. Die Frau ist am Flughafen. Sie wurde nicht abgeholt. Sie telefoniert mit der Person, die sie abholen wollte. Sie wartet im Ankunftsbereich, bis ihr Abholer kommt. Die Frau bastelt Weihnachtssterne. Die Weihnachtssterne sind aus farbigem Papier. Sie versteckt ihre Augen hinter zwei verschiedenen Sternen. Die Menschen sind in einem Restaurant. Sie stehen an Bestellmaschinen. Sie stellen sich ihre Mahlzeiten zusammen. Der Junge spielt mit seinem Hund. Beide sind als Piraten verkleidet. Sie tragen ein Piratentuch und eine Piratenaugenklappe. Die Person hat einen Bleistift in ihrer linken Hand. Sie schreibt etwas auf einen Notizblock. Neben dem Notizblock steht ein Tischrechner. Das Kind sitzt in einem Kinderwagen. Es ist warm angezogen. In seiner rechten Hand hält es ein Blatt. Die Katze liegt auf einem Geschenkpaket. Sie ist eingeschlafen. Die Frau sitzt draußen. Sie lehnt an einem Baum. Die Sonne scheint. Sie schaut sich Kleidung in einem Katalog an. Die Frau ist auf dem überdachten Balkon. Sie sitzt in einem bequemen Sessel aus Rattan. Sie sitzt im Schatten und liest ein Buch. Die Frau ist Schauspielerin. Sie sitzt auf dem Sofa und liest ein Manuskript. Ihr linkes Bein liegt auf der Sofalehne. Auf dem Flughafen ist eine Sicherheitskontrolle. Persönliche Gegenstände werden in Schalen gelegt. Die Schalen sind auf einem Rollband. Sie rollen durch ein Röntgengerät. Ein Becher Kaffee steht auf einem weißen Tuch. Eine Holzklammer mit Dekoration ist am Becherrand. Auf dem Tuch liegen Tannenzapfen und eine Zuckerstange. Es ist Sommer. Die Kinder sind in den Bergen auf einer Alm. Beide Kinder tragen T-Shirts und kurze Hosen. Sie laufen über eine große Wiese. Der Mann trinkt eine Tasse heißen Kaffee. Er hat die gelbe Tasse in seiner linken Hand. Er trägt eine gelbe Schutzbrille. Eine alte Steintreppe führt zum Eingang dieses Hauses. Rechts und links von der Treppe sind Geländer. Vor der Haustür ist ein Gitter. Links neben der Haustür hängt ein Briefkasten. Die Frau bastelt Lampions aus Papier. Auf dem Tisch liegen fertige farbige Lampions. Eine Rolle Garn und eine kleine Schale mit weißen Perlen. Auf dem weißen Holztisch liegen mehrere Äpfel. Ein Teil der Äpfel ist in der Hälfte durchgeschnitten. Es ist kalt. Das Mädchen trägt eine rote Wollmütze und weiße Handschuhe. Sie hat einen weißen Schal um ihren Hals. Das Mädchen hält ein eingepacktes Geschenk in seinen Händen. Der Junge sitzt im Wohnzimmer vor seinem Laptop. Er hat ein Bündel Geldscheine in seiner linken Hand. In seiner rechten Hand hält er einen einzelnen Geldschein. Das kleine Mädchen macht Ballettübungen. Die Trainerin hält ihre linke Hand und ihren rechten Fuß. Hinter den beiden liegen farbige Trainingsbälle. Die Autobahn ist voll. Es gibt einen Stau. Hunderte von Autos können nicht weiterfahren. Es ist früher Morgen. Zwei Tiere stehen im Wald. Das Pferd trägt einen Sattel. Es ist mit einem Seil an einem Baum angebunden. Der Hund wartet neben dem Pferd. Die Frau schmückt den Weihnachtsbaum. Der Weihnachtsbaum ist mit Zapfen, farbigen Kugeln und einer Lichterkette geschmückt. Die Frau hat Plätzchen gebacken. Die Plätzchen sind in einem hohen Glas. Sie nimmt Plätzchen aus dem Glas heraus. Sie bindet jeweils zwei Plätzchen und einen kleinen Tannenzweig zu einem Geschenk zusammen. Die Eltern liegen im Wohnzimmer auf dem Boden. Ihre Füße sind auf dem Sofa. Zwischen ihnen liegt ihr Baby. Der Vater fasst die linke Hand des Babys. Zwei leckere Smoothies stehen auf einer lilafarbigen Unterlage. Ein Smoothie ist aus Bananen. Der andere Smoothie ist aus Kiwis. In beiden Gläsern sind lila Strohhalme. Der Hund trägt eine Dekorationskette um seinen Hals. Die Kette sieht weihnachtlich aus. Die Frau steht vor einem großen Bücherschrank. Der Bücherschrank ist aus dunklem Holz. Sie hat ein aufgeschlagenes Buch in ihren Händen. Die Eltern sind mit ihren Kindern am Fluss. Der Vater sitzt auf einem klappbaren Stuhl. Er hat eine Angel in seiner linken Hand. Mit seiner rechten Hand hält er seine Tochter. Zwei braune Flaschen stehen auf einem weißen Untergrund. Sie sind gefüllt mit einer durchsichtigen Flüssigkeit. Beide Flaschen haben Pipetten. Damit kann man einzelne Tropfen aus den Flaschen holen. Dies ist ein sehr alter und ungepflegter Hausflur. An der rechten Wand hängen viele Briefkästen. An der Wand gegenüber stehen zwei Fahrräder. Zwei blaue Papageien sind in einem Zoo in einem großen Gehege. Sie sitzen auf den Ästen. Ein Papagei knabbert an einem Ast. Vor der Frau steht ein Sparschwein. Es ist rosa. Die Frau steckt einen Geldschein in das Sparschwein. Die Frau steht auf einer Brücke. Sie hat ihre Hände in ihren Hosentaschen. Ihr Fahrrad lehnt am Brückengeländer. Es ist pink. Der Junge steht auf einem Weg. In seiner rechten Hand hat er einen Stab mit Zuckerwatte. Die Zuckerwatte ist größer als sein Gesicht. Auf dem Tisch liegt ein Buch. Es ist aufgeschlagen. Auf dem Buch liegt eine große Lupe mit schwarzem Rand und schwarzem Griff. Der Junge steht im Hühnerstall. Die Hühner stehen dicht neben ihm. Sie laufen auf Stroh. Der Stall ist eingezäunt. Der Junge hält ein Spielzeug in seinen Händen. Es ist ein roter Truck mit einer Ladefläche. Auf der Ladefläche sind kleine Geschenkpakete mit roten Schleifen. In der Küche steht ein gedeckter Frühstückstisch. Er ist für drei Personen gedeckt. Die Personen sind noch nicht da. Das Haus hat eine Mauer aus roten Steinen. In den Steinen sind Briefkästen eingelassen. Die Briefkästen sind türkis. Auf den Briefkästen stehen Nummern. Die Geschäftsleute sind in einem Flughafen. Die Frau zieht einen Koffer mit ihrer linken Hand. Der Mann hält eine Tasche mit seiner rechten Hand. Die beiden unterhalten sich. Der Mann ist in einem Busbahnhof. Er steht vor einem riesigen, beleuchteten Fahrplan. Er sucht seine Busverbindung. Hier sind 200 Euro. Ein Schein über 100 Euro. Zwei Scheine über je 50 Euro. Der Pizzabäcker präsentiert seine Pizza. Die Pizza liegt auf einem großen, weißen Pizzateller. Hinter dem Koch ist ein Pizzaofen. Neben dem Ofen liegt Holz. Der Mann bringt seinen Abfall weg. Der Abfall ist in einem Beutel. Er geht auf die Abfalltonnen zu. Es gibt eine blaue, eine gelbe und eine schwarze Abfalltonne. Der Mann sitzt auf einer grauen Steintreppe. Er trägt ein weißes Hemd, einen Anzug und ein Einstecktuch. Sein Hemd hat Manschetten mit Manschettenknöpfen. Der Fliesenleger ist im Badezimmer. Er hält eine helle Fliese an die Wand. Auf der Wand ist Fliesenkleber. Der Fliesenleger trägt blaue Arbeitshandschuhe. Das Auto steht in einer Werkstatt. Der Mann reinigt die Felgen und die Reifen mit einer speziellen Flüssigkeit. Er trägt eine Atemschutzmaske. Der Mann ist auf einer Baustelle. Er bedient eine Elektrosäge. Er trägt blaue Kleidung und einen blauen Helm. Er schützt seine Hände mit weißen Handschuhen. Der Mann steht in einem Lagerraum. Er zählt die einzelnen Gegenstände im Lager. Er macht Inventur. Der Mann ist in einer Schreinerei. Er schaut auf einen Konstruktionsplan. Der Mann trägt einen weißen Helm. Er ist der Chef. Auf dem Schreibtisch liegt ein Notizblock. Auf dem Notizblock liegen Kopfhörer. Neben dem Notizblock liegen Informationsblätter. Darauf liegen ein Bleistift, ein Kugelschreiber und Klammern. Ein alter Kompass liegt auf einer alten Weltkarte. Der Kompass ist Goldfarben. Er hat einen Deckel. Die Kompassnadel zeigt nach Norden. In diesem Raum sind Bücherregale. Die Regale sind aus hellem Holz. Es stehen alte Bücher in den Regalen. Dieses Haus hat sehr alte Mauern. An der Mauer hängt ein Briefkasten. Der Briefkasten ist aus Holz. Es steht kein Name am Briefkasten. Die Frauen arbeiten in einer Bäckerei. Im Regal liegen Brote und Brötchen. Die Frau mit der hellen Schürze legt ein Brot ins Regal. Im Vordergrund steht ein hohes Glas mit einem roten Saft. Im Glas schwimmen grüne Kräuter. Am Rand des Glases hängt eine Zitronenscheibe. Die Frau lehnt an einer weißen Mauer. An der Mauer sind Treppenstufen. Sie trägt einen braunen Mantel und einen dunkelbraunen Schal. Die Mutter und ihr Sohn kommen vom Weihnachtseinkauf. Die Mutter hat einen kleinen, grünen Tannenbaum in ihrer linken Hand. Ihr Sohn hat eine Apfelsine in seinen Händen. Das Mädchen sitzt in der Küche. Sie hat gebacken. Auf dem Tisch liegt eine Teigrolle. Das Mädchen hebt zwei Plätzchen hoch. Es ist Herbst. Die Frau ist im Wald. Sie hat eine Menge Herbstblätter vom Boden aufgehoben. Sie wirft die Blätter in die Luft. Die Frau steht vor ihrem Haus. Die Haustür ist weihnachtlich geschmückt. Auch an den Fenstern hängt Weihnachtsschmuck. Die Frau trägt einen weißen Pullover. Der Hund läuft durch den Wald. Der Wald ist voller Blätter. Der Hund trägt ein blaues Halstuch. Die Frau backt für ihre Follower. Sie hält zwei weiße Eier in die Kamera. Vor ihr steht eine Schüssel mit Teig. Dies ist ein lustiger Blumentopf. Er ist weiß und hat ein Gesicht. Er trägt einen Kopfhörer mit Mikrofon und eine Brille. Das Mädchen sitzt am Küchentisch. Es zeichnet auf Papier. Es hat einen pinken Buntstift in seiner rechten Hand. Auf dem Tisch liegen weitere farbige Buntstifte. Jetzt kommen einige Wiederholungen aus den vorherigen Folgen. In diesem Zimmer befinden sich ein ovaler Tisch und drei Stühle auf einem runden Teppich. An der Wand steht eine Korbtruhe. Auf der Truhe steht eine Dartscheibe. Der Vater geht mit seinem Sohn am Strand spazieren. Der Sohn sitzt auf seinen Schultern. Der Vater hinterlässt eine Fußspur im feuchten Sand. Die Kinder feiern eine Geburtstagsparty. Sie tragen Hütchen auf ihren Köpfen und blasen in die Tröten. Auf dem Tisch liegt ein leeres Holzbrett. Davor steht eine Schüssel mit Linsen. Zwei gelbe Zitronen liegen neben der Schüssel. Hinter dem Holzbrett liegen Tomaten und grüner Spargel. Der Hund hält seine rechte Pfote vor sein Auge. Seine Schnauze ist geöffnet. Seine Zunge hängt nach links heraus. Seine Ohren stehen hoch. Auf dem Tisch liegen drei Möhren, zwei Paprikas, ein Kopf Salat und drei Frühlingszwiebeln. In dem Korb befinden sich ein Bund Radieschen, eine rote Beete, drei Zwiebeln und vier Kartoffeln. Das Paar sitzt im Garten und unterhält sich bei einem Glas Wein. Auf dem Tisch stehen die Reste einer Mahlzeit. Ein weiteres Pärchen sitzt auf einer Bank. Sie liegt mit ihren beiden Kindern auf dem weißbezogenen Bett. Alle drei sind gleichfarbig angezogen. Sie sind eingeschlafen. Eine lange, geteerte Straße führt aus der Ebene in Richtung der Berge. Die Straße ist leer. Es ist kein Auto zu sehen, nur ein Verkehrsschild. Der kleine Junge beißt in die Orangenscheibe. Vor ihm steht ein weißer Teller mit drei Orangenscheiben. Auf dem Tisch liegt eine blaue Weihnachtskugel. Sie hat einen Bleistift in ihrer rechten Hand und ein Radiergummi in der linken Hand. Sie macht Änderungen an einem Plan. Neben dem Plan steht eine Tasse Kaffee. Auf dem Tisch liegen Farbkarten. Sie sitzt aufrecht auf dem Sofa und schaut auf das Smartphone in ihrer linken Hand. In ihrer rechten Hand hält sie eine Tasse Kaffee. Die Tasse steht auf ihrer Hose. Zwei Mädchen stehen an einem weißen Geländer. Sie haben lange, blonde Haare und tragen die gleiche Kleidung. Sie sind Schwestern. Das Mädchen läuft über die Fußgängerbrücke. Sie trägt rote Schuhe, eine rote Jacke und eine rote Wollmütze. Es regnet. Ihr Regenschirm ist durchsichtig. Ein junges Paar küsst sich unter dem Weihnachtsbaum. Der Weihnachtsbaum ist farbig geschmückt. Der Junge sitzt auf seinem Bett. Er hat ein Paket auf seinen Oberschenkeln. Das Paket hat eine rote Schleife. Er öffnet die rote Schleife. Mehrere Dominosteine stehen senkrecht auf dem Tisch. Der Junge hält den ersten Dominostein fest. Dazu benutzt er den Zeigefinger seiner linken Hand. Ein Hotel steht im Meer auf Pfählen. Das Hotel besteht aus drei Gebäuden. Es hat eine große Terrasse, die auf drei Seiten um das Gebäude herumläuft. Die Kinder stehen am Zaun einer Straußenfarm. Drei Strauße stehen auf der anderen Seite des Zauns. Sie schauen auf die Kinder. Die Kinder spielen in den Dünen. Sie stehen auf einem Steg. Der Junge hat einen hellgrünen Eimer in seiner linken Hand. Im Eimer ist eine Hake. Am Ende des Stegs ist ein Boot. Das Boot ist aufgebockt. Die Frau ist in einem Geschäft. Die Regale gehen bis zur Decke. Sie interessiert sich für ein orangenes Kissen. Der Arzt steht an seinem Schreibtisch. Er hat einen blauen Kugelschreiber in seiner rechten Hand. Er vervollständigt seine Notizen. Der Schreiner trägt eine Schutzbrille. Er hat Sägemehl im Haar und auf der Kleidung. Er hat ein Brett bearbeitet. Er pustet das Sägemehl vom Brett. Die Eltern und ihr Sohn sind im Park. Der Sohn hat einen neuen grünen Roller. Die Eltern zeigen ihm, wohin er mit dem Roller fahren kann. Die Frau lehnt am Schreibtisch ihres Büros. Vor dem Schreibtisch stehen zwei blaue Stühle. Ein weißes Regal hängt über dem Schreibtisch. Neben dem Schreibtisch steht eine Pflanze. Auf dem Tisch steht ein Törtchen. Das Törtchen ist mit Sahne gefüllt. Auf der Sahne liegt eine Kirsche. Vor dem Jungen liegt ein Haufen Münzen. Er stapelt die Münzen zu einem Turm. Auf dem Holzbrett liegen verschiedene Käsesorten. Vor dem Käse steht ein Topf mit Honig. Im Honig liegt ein Honiglöffel. Die Eltern und ihre Kinder sind im Wald bei den Tannenbäumen. Alle haben rote Mützen auf. Die Frau hält den Korb an einem Henkel fest. Im Korb sind rote Weihnachtskugeln. Wenn dir dieses Video gefällt, dann gib uns bitte ein Like. Wenn du diesen Kanal abonnierst, dann trägst du dazu bei, dass wir weitere Videos für dich veröffentlichen können. Und dann? Dann werden wir uns zum ersten Mal einfacher. Und dann? Die? Dann? Dann? Vielen Dank.